China Evergrande Aktien versenken 25 Prozent, nachdem die von der Polizei, festgelegten Vermögenseinheit die Mitarbeiter der Vermögenseinheit festgenommen hatten, Australiens 10 Billion Dollar Immobilienmarkt größer als das BIP und ASX, die australische Börse, kombiniert. Der Vatikan behauptet, der ehemalige West-Australie-Bischof sexuell missbrauchte jungen und junge Männer. In den sechsten Monat des Sudan-Konflikts hat der Wahrzeichen Wolkenkratzer in Kartum in Flammen eingefasst. Es war spekuliert worden, dass Polen im Falle einer russischen Invasion 40 Prozent seiner Gebiete abgeben wollte. Die Ukraine gibt einen Fall gegen Polen, Ungarn und die Slowakei über ihre einseitigen Getreideverbote ein. Russland verlangt, der Fall des ukrainischen Völkermordes wird von UN-Topcourt, abgewiesen. Die Ukraine bittet Deutschland, das Munitionstool auf dem Weg nach Russland zu stoppen. Die City-Token-Services von City Group debütiert in den letzten Eingriffe in digitale Vermögenswerte und ermöglicht es den Kunden, die Liquidität zwischen City-Filialen auf Blockchain-Technologie zu übertragen. Der gleiche Mechanismus, der zuvor für die Wirtschaftsarena in einem Piloten pilotierte Handelsfinanz-Ökosystem. Die im Piloten verwendete Technologie lieferte sowohl Käufern als auch Verkäufer einen vollständig digitalen Prozess mit sofortigen Zahlungsfähigkeiten. Redakteure gilt einstimmig ratifis, neuer Nickelodeon-Vertrag. Im März 2023 ratifizierten die Redakteure von Saturday Night Live einstimmig, der erste Vertrag. Mads Mikkelsen erhält den Goldeneye Award des Zürich-Filmfestivals. Prime-Video-Verzögerungen Veröffentlichung von Mr. und Mrs. Smith mit Donald Glover und Maya Eskine bis Anfang 2024. Netflix landet Richard Linklater leitete Hitman mit Glenn Paul für 20 Millionen US-Dollar Toronto Deal. Adidas und Beyoncé Teilways, nach 200 Millionen US-Dollar Verkaufsprognosen vermissen. Katy Perry verkauft Katalogrechte an Lackmus-Musik für 225 Millionen US-Dollar. Blink-182 kündigen sie im Oktober 2023 ein neues Album One More Time. Out out an, die neue Klimastrategie der Schweizer Regierung will Schweizer, weniger Fleisch zu essen. Poison Ivy ist bereit, einer der großen Gewinner einer wärmenden Welt zu sein. Menschen, die ständig um 54 Prozent gegen die im Büro, der Japan-Arbeitsmarkt für Veränderungen, da sich ein großer Arbeitermangel aufnimmt. Der Begriff Noctalgia wurde angeboten, um Sky-Trauer für den beschleunigten Verlust des Nacht- und Tageshimmels auszudrücken. In Südkorea werden alle Grundschulen in Seoul Anrufe von Eltern, aufzeichnen. In Deutschland will die linke Partei Schulklassen und Hausaufgaben abschaffen? Die Lehrervereinigung ist überhaupt nicht begeistert. Dodikon Inventor und Influencer zogen in Elon Musks 258 Milliarden US-Dollar Klage. Hongkong verhaftet den Krypto-Influencer Joseph Lahm in der JPEX-Assoziationssonde. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, stellten Berichten zufolge NFL-Rekord mit umstrukturierter, vier Jahre, 210,6 Millionen US-Dollar garantierter Deal. Das britische Premier League Team Everton's Freya, 777, begrüßt neue Ära des Fußballs. Der Hyper-Kommerzialisierung. Will Smith von Los Angeles Dodgers enthüllt. Er hat sich seit Monaten mit einer gebrochenen Rippe befasst. Chris Rock musste mit seinen Töchtern zur Beratung gehen. Nachdem Will Smith Oscars geschlagen hatte, sagt Leslie Jones, das war demütig und der ehemalige Mitglied des Belarus-Hit-Kaders Juri Garofsky. Um in der Schweiz vor Gericht zu stehen, wegen hochkarätiger Morde, in Australien erfordern die Gruppen der First Nations sofort zum Töten von Dingos. Als Kontrollmethode, kein Kyk-Crypto-Exchange, um 150 Geldautomaten in Asien, zu bringen. Kasachstan startet National Payment-Cop. CBDC-Umsetzung in der Tagesordnung. Der mexikanische Präsident AMLO verteidigt die Einbeziehung des russischen Militärkontingents in die Independence-Parade. UEFA S. Zifferin sagt, Russland hat bis zum Ende des Krieges mit der Ukraine aus dem internationalen Fußball ausgeschlossen, ebenfalls zuvor für den internationalen Fußball, Hockey, vor einem Jahr erklärt. Eine russische Nachrichtenagentur Layout entdeckte eine Ausschreibung des Arbeitsministeriums der russischen Föderation für 230.000 Zertifikate für Familienmitglieder von verstorbenen Kampfveteranen, Taiwan, um öffentliche Medien im Verteidigungsministerium zusammenzuführen. Um den kognitiven Kriegsführung besser zu bekämpfen. Balmainz neue Kollektion gestohlen, als Lieferwagen in Paris entführt, sagt Label-Chef. Wochen vor der Paris Fashion Week, das indische Kabinett genehmigt, das Drittel der Sitzplätze des Parlaments der Parlament für Frauen reserviert, sagt Maduro. Venezolanische Astronauten könnten in chinesischen Raumschiffern zum Mond gehen. In Kanada ist der Rückstand der Beschwerden der Fluggeste 57.000, der einen neuen Peak erreicht hat. Es wurde festgestellt, dass die AI-Forschungsabteilung von Microsoft über Microsoft Azure 38 Terabyte interne vertrauliche Daten durchgesickert ist. BlackCats ALPHV-Berichten zufolge verschlüsselte im GMS mehr als 100 von Formware-SQC-Hypervisor-Servern von Formware-Baransomware-Attack. Chinesische Hacker haben eine nie zuvor gesehene Linux-Hintertür. Neue Sprühsox-Linux-Malware, in Cyberspionage-Angriffen, verwendet. Ein Cyber-Angriff gegen Chlorox im August 2023, der Fabriken geschlossen hat, hat einen landesweiten Mangel an Bleichmittel und Katzenstreu geschaffen. Mit einer Studie aus China wurde der potenzielle Einsatz von würzigen Reizstimuli als Analgetikum bei der Beurteilung und Behandlung von Schmerzenkomfort für den Patienten, vorgeschlagen. Die vergleichende Studie zeigte, dass Kinder ein um 78 Prozent höheres Risiko für neu auftretende Bedingungen hatten. Nachdem sie Covid-19 hatten, die Co-Nutzung von Tabak und Cannabis sowie der Verwendung von Cannabis nur mit höheren Chancen von Angstzuständen und Depressionen im Vergleich zu Nichtverwendungs- und Nur-Tabakkonsum. Nur-Tabakkonsum war im Vergleich zu Nichtverwendungen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Angstzuständen und Depressionen verbunden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Koordinierung von Tabak- und Cannabiskissungen mit psychischer Gesundheitsbehandlung möglicherweise von Vorteil ist. Um diese Komorbiditäten anzugehen. Insbesondere ist die Bereitstellung psychischer Unterstützung für psychische Gesundheit und Behandlung von Polysubstanzegebrauch. Zum Beispiel Tabak, Cannabis, Alkohol, bei Personen mit Co-Nutzung erforderlich. Um eine erfolgreiche Einstellung von Tabak und Cannabis zu erleichtern, Beamte finden Trümmer von F-35 Fighter Jet, die in South Carolina abgestürzt sind, nachdem der Pilot ausgeworfen wurde. Das US-Militär hatte die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Als er den vermissten F-35 gefunden hatte, was nach dem Notfallausgang des Pilots immer noch fliege. Die neue TV-Show Noob TV, behauptet König Charles, in Kanada ein abgestürztes Uforraumschiff in Kanada pilotiert. 2024 Nissan Z-Nismo wird voraussichtlich nördlich von 66.000 US-Dollar starten. Mit 420 PS, verbesserte Aerodynamik und Chassis angetrieben, aber nur mit Automatikgetriebe, erhältlich. 2025 Porsche Boxster EV, zeigt Dual-Screen-Dash-Design in neuen Spionagefotos. Kanada Astridow sagt, Geheimdienstverdächtige, Agenten Indiens, die am Mord von British Columbia-Sick-Hadib Singh Nia am British Columbia-Sick-Führer beteiligt sind. Indien bestreitet die Rolle des kanadischen Kalis-Danish-Terrorist-Leaders Fall. Absurd, motiviert. Kanada löst einen indischen Diplomaten aus und schlägt nach den Spannungen auf dem G20-Summit, eine Pause für die Handelsmission nach Indien. Indien gibt den kanadischen Diplomaten in Titford-Tatumzug aus, Australien zutiefst besorgt. Da Indien Kanadas Vorwürfe auf den Mord an sich Aktivisten ablehnt. Man Man, der verschwunden war, nachdem er Frau zur Arbeit gefahren war, fand in Lastwagen in New Hampshire Woods, gefangen, der frühere NFL-Spieler Sergio Brown vermisst. Nachdem der Tod seiner Mutter als Mord regiert wurde, kannte Biden verklagt IES wegen steuerlicher Offenlegungen. In Deutschland sollten 182 Euro rechtlicher Anspruch pro Monat als Taschengeld zur Unterstützung von Asylbewerbern von der Barzahlung auf Karte wechseln, die mehr als zehn Jahre lang in der Praxis von UNHCR war. In Frankreich, Paris, zog in sieben Tagen 765 Kandidaten an der Mietanzeige von zehn Quadratmetern für 601 Euro pro Monat an. Am vierten Tag des URF-Streiks wollen streikende Autoarbeiter in den letzten Jahren eine Gehaltserhöhung um 40 Prozent, die gleiche Zinssatz ihres CEOs. UAW-Präsident Schonfein sagt, 21 Prozent der von Chrysler Eltern stellerndes angebotenen Lohnhöhung ist ein No-Go. GM droht 2000 Arbeiter nach Hause, Ford kürzt 600 Jobs. Die kanadischen Autoburgers streiken für Streik, während die Gespräche zu Wire gehen. Ford steht in einer Woche auch in kanadischen Pflanzen vor. Tianhe-Pong tot mit 81? Erfahrene koreanischer Schauspieler, der auch mit Okja von Netflix bekannt war, der häufige Mitarbeiter des Oscar-Gewinner-Direktors Bunjon Ho war, ist nach der Bankreatic-Kend-The-Battle, bekannt. Roger Whittaker? Englischer Fox-Sänger, der für Durham-Town berühmt ist, stirbt 87 Jahre alt. Sacramento Utility setzt seine ersten Langdauernetzbatterien aus, bei denen es drei Megawatt pro Stunde Kapazität liefert. Eisenströmungsbatteriesysteme als Teil größerer 2G-WH-Deal. Deutschland, um in diesem Jahr 50% erneuerbarer Macht zu übertreffen? Sagt Beamter, sagt Beamter, Piet Kuseckig. Oscar-nominierter Nightmare vor Weihnachten VFX-Künstler. Und für viele andere stirbt 72. Microsoft Windows und Surface Chief Product Executive Panus Panai verlässt Microsoft. Panus Panai lag hinter Oberflächengeräten und Windows 11. Der dänische Künstler soll das Museum 67.000 Euro Finanzmittel zurückzahlen, nachdem er leere Leinwände, gedreht hat. In Portugal müssen Personen, die den Mindestlohn verdienen, möglicherweise im Jahr 2024 Einkommenssteuern zahlen. Chinas Tsinghua University erklärt sich damit einverstanden, die Zusammenarbeit in Akademikern zu stärken, so der Premierminister Malaysias, Anwar. Winzige Nanokräger konnten die Wundermittelkugel für Akne-Betroffene beweisen. Die Polizei wird nicht für Tanz mit Drag Queens bezahlt, sagt der britische Abgeordnete Zoela Bravermann im Angriff auf Oak Policing. In den USA wird die Planned Parenthood wieder aufgenommen, die nach mehr als einem Jahr Abtreibungen in Wisconsin anbieten.